Statuten des Revolution-Unionismus Internationaler Arbeiterverband, IWA Letzte Aktualisierung 27. Juni 2021 I-Einleitung Die Geschichte der Menschheit ist geprägt vom Kampf zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten, der sich derzeit in den Angriffen des Kapitalismus und des Staates auf die Arbeiterklasse in allen Lebensbereichen manifestiert. 28. Kapitalisten, Manager und Politiker organisieren sich, um ihre Interessen so gut wie möglich durchzusetzen. 29. Wenn wir uns dagegenstellen, unsere eigenen Interessen fördern und die Gesellschaft aufbauen wollen, die wir uns wünschen, müssen wir die Schwäche und Desorganisation der Arbeiterbewegung überwinden. Um dies zu erreichen, ist es notwendig, uns in einer Kampfstruktur zu organisieren, die alle revolutionären Arbeiter aus der ganzen Welt Vereint. Das Handeln einer solchen Organisation muss zeigen, dass sie in der Lage ist, den Kapitalismus und den Staat zu überwinden. Eine so aufgebaute Emanzipationsbewegung kann nicht die Aktionslinie akzeptieren, die von jenen Strömungen der Arbeiterbewegung gefordert wird, die eine Harmonie zwischen Kapital und Arbeit anstreben, einen internationalen Frieden mit dem Kapitalismus und eine Eingliederung in den Staat wünschen. Sie kann auch nicht jene Strömungen akzeptieren, die die Existenz des Staates oder die Diktatur des Proletariats propagieren, was unserem Ziel einer Gesellschaft, die auf größtmöglicher Freiheit und Wohle gehen für alle basiert, zuwiderläuft. Gegen die Offensive des Kapitals und der Politiker aller Couleur müssen alle revolutionären Arbeiter der Welt eine echte internationale Arbeitervereinigung aufbauen, in der jedes Mitglied weiß, dass die Emanzipation der Arbeiterklasse nur möglich sein wird, wenn die Arbeiter selbst, in ihrer Eigenschaft als Produzenten schaffen, sich in ihren politisch-ökonomischen Organisationen darauf vorzubereiten, das Land und die Fabriken in Besitz zu nehmen und sie gemeinsam zu verwalten, so dass sie die Produktion und das gesellschaftliche Leben fortsetzen können. Angesichts dieser Perspektive und dieses Ziels ist es die Pflicht der Arbeiter, an allen Aktionen teilzunehmen, die zu einer revolutionären Umgestaltung der Gesellschaft führen, und streben immer danach, unsere Endziele zu erreichen. Durch diese Beteiligung müssen wir unsere Stärke spürbar machen, immer bestrebt, unserer Bewegung durch Organisation, Aktion und Propaganda die notwendigen Mittel zu geben, um unsere Gegner zu verdrängen. Ebenso müssen wir unser Gesellschaftssystem wo immer möglich durch Modelle und Beispiele verwirklichen, und unsere Organisationen müssen bis an die Grenzen ihrer Möglichkeiten den größtmöglichen Einfluss auf andere Tendenzen ausüben, damit sie in unseren Kampf einbezogen werden können, der die gemeinsamer Kampf gegen alle etatistischen und kapitalistischen Gegner, immer unter Berücksichtigung der räumlichen und zeitlichen Umstände, aber den Zielen der Arbeiter-Emanzipationsbewegung treu bleibend. I.I. die Grundsätze des revolutionären Unionismus die revolutionäre Gewerkschaftsbewegung, die sich auf den Klassenkampf gründet, zielt darauf ab, alle ArbeiterInnen in kämpferischen Wirtschaftsorganisationen zu verahnen, die dafür kämpfen, sich vom Doppeljoch des Kapitals und des Staates zu befreien. Ihr Ziel ist die Neuordnung des gesellschaftlichen Lebens auf der Grundlage des libertären Kommunismus durch die revolutionäre Aktion der Arbeiterklasse. Da nur die wirtschaftlichen Organisationen des Proletariats in der Lage sind, dieses Ziel zu erreichen, wendet sich die revolutionäre Gewerkschaftsbewegung an die ArbeiterInnen in ihrer Eigenschaft als Produzenten, Schöpfer gesellschaftlichen Reichtums, um sich unter ihnen zu verwurzeln und zu entwickeln, im Gegensatz zu den modernen Arbeiterparteien, die sie erklärt, dass sie zur wirtschaftlichen Neuordnung der Gesellschaft unfähig sind. Die revolutionäre Gewerkschaftsbewegung ist der entschiedene Feind jedes sozialen und wirtschaftlichen Monopols und zielt auf ihre Abschaffung durch die Gründung von Wirtschaftsgemeinschaften und Verwaltungsorganen, die von den Arbeitern auf dem Feld und in den Fabriken geleitet werden und ein System freier Räte bilden, die keiner Autorität oder Politik untergeordnet sind. Party, keine Ausnahme. Als Alternative zur Staats- und Parteienpolitik postuliert der revolutionäre Unionismus die wirtschaftliche Reorganisation der Produktion, indem er die Herrschaft des Menschen über den Menschen durch die administrative Verwaltung der Dinge ersetzt. Folglich ist das Ziel des revolutionären Unionismus nicht die Eroberung der politischen Macht, sondern die Abschaffung aller staatlichen Funktionen im gesellschaftlichen Leben. Der revolutionäre Unionismus ist der Ansicht, dass mit dem Verschwinden des Eigentumsmonopols auch das Herrschaftsmonopol verschwinden muss, und dass keine noch so getarnte Staatsform jemals ein Instrument der menschlichen Befreiung sein kann, sondern dass sie im Gegenteil immer neue Monopole und neue Privilegien schaffen wird. Der revolutionäre Unionismus hat eine zweifache Funktion, den täglichen revolutionären Kampf für den wirtschaftlichen, sozialen und Intellektuellen Aufstieg der Arbeiterklasse innerhalb der Grenzen der heutigen Gesellschaft zu führen und die Maßen so zu erziehen, dass sie es werden bereit sein, die Produktions- und Vertriebsprozesse selbstständig zu steuern, wenn es an der Zeit ist, alle Elemente des gesellschaftlichen Lebens in Besitz zu nehmen. Die revolutionäre Gewerkschaftsbewegung akzeptiert nicht die Idee, dass die Organisation eines ausschließlich auf der produzierenden Klasse basierenden Gesellschaftssystems durch einfache Regierungsdekrete angeordnet werden kann und behauptet, dass sie nur durch das gemeinsame Handeln aller manuellen und intellektuellen Arbeiter in jedem Zweig der Wirtschaft erreicht werden kann Industrie, durch Selbstverwaltung der Arbeiter, so dass jede Gruppe, jeder Betrieb oder jeder Industriezweig ein autonomes Mitglied des größeren Wirtschaftsorganismus ist und die Produktions- und Verteilungsprozesse systematisch nach den Interessen der Gemeinschaft nach einem vereinbarten Plan und nach gegenseitigem Einvernehmen. Der revolutionäre Unionismus wendet sich gegen alle vom Zentralismus von Staat und Kirche inspirierten Organisationstendenzen, weil diese nur dazu dienen können, das Überleben des Staates und der Autorität zu verlängern und den Initiativgeist und die Unabhängigkeit des Denkens systematisch zu ersticken. Zentralismus ist eine künstliche Organisation, die die sogenannten unteren Klassen denen unterwirft, die behaupten, sie seien überlegen, und die die Angelegenheiten der gesamten Gemeinschaft in die Hände von wenigen überlässt, der Einzelne wird mit kontrollierten Gesten und Bewegungen in einen Roboter verwandelt. In der zentralisierten Organisation wird das Wohl der Gesellschaft den Interessen weniger untergeordnet, Vielfalt wird durch Einheitlichkeit ersetzt und Eigenverantwortung wird durch starre Disziplin ersetzt. Folglich gründet der revolutionäre Unionismus seine soziale Vision auf einer breiten föderalistischen Organisation, DH eine Organisation von unten nach oben, die Vereinigung aller Kräfte zur Verteidigung gemeinsamer Ideen und Interessen. Der revolutionäre Unionismus lehnt jede parlamentarische Tätigkeit und jede Zusammenarbeit mit gesetzgebenden Körperschaften ab, weil es weiß, dass auch das freieste Wahlsystem die klaren Widersprüche im Kern der heutigen Gesellschaft nicht zum Verschwinden bringen kann und weil das parlamentarische System nur ein Ziel hat, der Herrschaft der Lüge und der sozialen Ungerechtigkeit einen Vorwand zur Legitimität zu geben. Der revolutionäre Unionismus weist alle willkürlich geschaffenen politischen und nationalen Grenzen zurück und erklärt, dass der sogenannte Nationalismus nur die Religion des modernen Staates ist, hinter der sich die materiellen Interessen der Besitzenden. Klassen verbergen. Die revolutionäre Gewerkschaftsbewegung erkennt nur wirtschaftliche Unterschiede an, ob regional oder national, die Hierarchien, Privilegien und jede Art von Unterdrückung, wegen Rasse, Geschlecht und jeglicher falscher oder realer Differenz, hervorbringen, und beansprucht im Geiste der Solidarität das Recht auf Selbstbestimmung für alle Wirtschaftsgruppen. Aus dem gleichen Grund kämpft die revolutionäre Gewerkschaftsbewegung gegen Militarismus und Krieg. Die revolutionäre Gewerkschaftsbewegung befürwortet Antikriegspropaganda und den Ersatz stehender Armeen, die nur Instrumente der Konterrevolution im Dienste des Kapitalismus sind, durch Arbeitermilizen, die während der Revolution von den Arbeitergewerkschaften kontrolliert werden, es fordert auch den Boykott und das Embargo aller für den Krieg notwendigen Rohstoffe und Produkte, mit Ausnahme eines Landes, in dem sich die Arbeiter mitten in der sozialen Revolution befinden. In diesem Fall sollten wir ihnen helfen, die Revolution zu verteidigen. Schließlich befürwortet die revolutionäre Gewerkschaftsbewegung den präventiven und revolutionären Generalstreik als Mittel zur Bekämpfung von Krieg und Militarismus. Die revolutionäre Gewerkschaftsbewegung erkennt die Notwendigkeit einer umweltfreundlichen Produktion an, die versucht, den Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen zu minimieren und nach Möglichkeit erneuerbare Alternativen zu nutzen. Sie gibt nicht die Unwissenheit als Ursprung der heutigen Umweltkrise zu, sondern die Verdienstsucht. Die kapitalistische Produktion versucht immer, die Kosten zu minimieren, um mehr Einkommen zum Überleben zu erzielen, und ist nicht in der Lage, die Umwelt zu schützen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Weltschuldenkrise die Tendenz zur kommerziellen Ernte zu Lasten der Subsistenzlandwirtschaft beschleunigt hat. Diese Tatsache hat die Zerstörung des tropischen Waldes, Hunger und Krankheiten verursacht. Der Kampf zur Rettung unseres Planeten und der Kampf zur Zerstörung des Kapitalismus müssen gemeinsam sein, sonst werden beide scheitern. Die revolutionäre Gewerkschaftsbewegung behauptet sich als Befürworter der Methode der direkten Aktion und unterstützt und ermutigt alle Kämpfe, die nicht im Widerspruch zu ihren eigenen Zielen stehen. Ihre Kampfmethoden sind, Streiks, Boykotte, Sabotage und so weiter. Die direkte Aktion findet ihren tiefsten Ausdruck im Generalstreik, der auch aus der Sicht der revolutionären Gewerkschaftsbewegung der Auftakt zur sozialen Revolution sein sollte. Während die revolutionäre Gewerkschaftsbewegung jegliche organisierte Gewalt, unabhängig von der Art der Regierung, ablehnt, ist ihr bewusst, dass es während der entscheidenden Kämpfe zwischen dem Kapitalismus von heute und dem freien Kommunismus von morgen zu extrem gewalttätigen Zusammenstößen kommen wird. Folglich erkennt es, als gültig an, dass Gewalt als Mittel zur Verteidigung gegen die gewalttätigen Methoden der herrschenden Klassen während der Kämpfe eingesetzt werden kann, die zur Enteignung des Landes und der Produktionsmittel durch die revolutionäre Bevölkerung führen. Da diese Enteignung nur durch das direkte Eingreifen der revolutionären Wirtschaftsorganisationen der Arbeiter durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen werden kann, muss die Verteidigung der Revolution auch Aufgabe dieser Wirtschaftsorganisationen sein und nicht einer sich entwickelnden militärischen oder quasi militärischen Körperschaft unabhängig von ihnen. Nur in den wirtschaftlichen und revolutionären Organisationen der Arbeiterklasse gibt es Kräfte, die ihre Befreiung bewirken können, und die notwendige schöpferische Energie. Für die Neuordnung der Gesellschaft auf der Grundlage des libertären Kommunismus. Iii Name der internationalen Organisation das internationale Band des Kampfes und der Solidarität, das die revolutionären Gewerkschaftsorganisationen der Welt vereint, wird die Internationale Arbeitervereinigung, EWA, genannt. N.S. Ziele und Ziele der EWA Die IWA hat folgende Ziele, den revolutionären Kampf in allen Ländern zu organisieren und voranzutreiben mit dem Ziel, die gegenwärtigen politischen und wirtschaftlichen Regime ein für allemal zu zerstören und den libertären Kommunismus zu errichten. Den gewerkschaftlichen Wirtschaftsorganisationen eine nationale und industrielle Basis zu geben und, wo bereits vorhanden, diejenigen Organisationen zu stärken, die entschlossen sind, für die Zerstörung des Kapitalismus und des Staates zu kämpfen. Die Unterwanderung jeglicher politischer Parteien in die gewerkschaftlichen Gewerkschaftsorganisationen zu verhindern und jeden Versuch politischer Parteien, Gewerkschaften zu kontrollieren, entschlossen zu bekämpfen. Wo die Umstände es erfordern, durch eine Vorgehensweise, die nicht im Widerspruch zu A, B und C steht, vorläufige Bündnisse mit anderen proletarischen, gewerkschaftlichen und revolutionären Organisationen mit dem Ziel der Planung und Durchführung gemeinsamer internationaler Aktionen aufzubauen im Interesse der Arbeiterklasse. Solche Allianzen dürfen niemals mit politischen Parteien bestehen, dh mit Organisationen, die den Staat als gesellschaftliches Organisationssystem akzeptieren. Revolutionary Unionism lehnt die Klassenzusammenarbeit ab, die durch die Teilnahme an staatlich organisierten Gremien, z. die willkürliche Gewalt aller Regierungen gegen Revolutionäre, die sich der Sache der sozialen Revolution verschrieben haben, zu entlarven und zu bekämpfen. Alle Probleme, die das Weltproletariat betreffen, zu untersuchen, um Bewegungen in einem oder mehreren Ländern zu stärken und zu entwickeln, die dazu beitragen, die Rechte und neue Eroberungen der Arbeiterklasse zu verteidigen oder die Revolution zur Emanzipation selbst zu organisieren. Bei wichtigen wirtschaftlichen Kämpfen oder kritischen Kämpfen gegen die offenen oder verdeckten Feinde der Arbeiterklasse Aktionen der gegenseitigen Hilfe zu unternehmen. Den Arbeiterbewegungen in jedem Land, in dem die Führung des Kampfes in den Händen der nationalen Wirtschaftsorganisation des Proletariats liegt, moralische und materielle Hilfe zu leisten. Die Internationale greift nur dann in die Gewerkschaftsangelegenheiten eines Landes ein, wenn ihre angeschlossene Organisation in diesem Land dies verlangt oder wenn die Mitgliedsorganisation gegen die allgemeinen Grundsätze der Internationale verstößt. V-Aufnahmebedingungen der EWA können beitreten, nationalrevolutionäre syndikalistische Organisationen, die keiner anderen internationalen angehören. In jedem Fall wird es in jedem Land nur eine Sektion geben. Die angeschlossenen Sektionen müssen die Prinzipien, Taktiken und Ziele der EWA ratifizieren und eine Kopie ihrer Statuten und Prinzipien an das Sekretariat senden. Das Sekretariat informiert Sektionen über die Herkunft des Kontakts bzw. der Kontakte, die sich bei einem Mitglied beworben haben. Minderheiten revolutionärer Syndikalisten organisierten sich innerhalb anderer nationaler Organisationen, die mit anderen Gewerkschafts-Internationalen verbunden waren. Gewerkschafts-, Handwerks-, Industrie- oder allgemeine Organisationen, die unabhängig oder mit nationalen Organisationen verbunden sind, die nicht der EWA angehören und die die Erklärung der Prinzipien und Ziele der EWA akzeptieren. Jede Organisation revolutionärer unionistischer Propaganda, die die Erklärung der Prinzipien und Ziele der EWA akzeptiert und in einem Land arbeitet, in dem keine nationale Organisation der EWA angeschlossen ist. Da die EWA nur aus legalen oder illegalen Sektionen mit direktem Bezug innerhalb der jeweiligen Länder besteht, können als Sektionen der EWA nur solche Gruppen im Exil anerkannt werden, die gegenüber dem Sekretariat eindeutig nachweisen können, dass sie authentische Vertreter von Organisationen sind, die in den jeweiligen Ländern agieren und arbeiten. In jedem Fall wird es für jedes Land nur eine Sektion geben können. Die folgenden Verhaltensweisen können zum Ausschluss oder zur Suspendierung führen, nicht Einhaltung der Prinzipien, Taktiken und Ziele der EWA. Nicht Zahlung der Mitgliedsbeiträge. Wenn eine Sektion ihre Gebühren ein Jahr lang nicht bezahlt, muss der Kongress die Abberufung der Sektionen prüfen. Wenn eine Sektion ohne Erklärung weder an Sitzungen und Kongressen der Internationale teilnimmt, noch auf Kontaktanfragen des Sekretariats oder der Sektionen reagiert. Zu und. Austritt findet auf dem EWA-Kongress statt. Eine Sektion kann sich in der Zeit zwischen den Kongressen aus der EWA austreten. Eine Suspendierung kann während einer Plenartagung oder eines Kongresses auf der Grundlage eines früheren Antrags oder durch Referendum vereinbart werden, wenn eine Plenarsitzung oder ein Kongress zustimmt. Eine Sektion kann aus Gründen der Nicht Einhaltung der Statuten oder. Aufgrund von Maßnahmen gegen die Vereinbarungen des Kongresses oder die Interessen der EWA suspendiert werden. Auf Antrag und Beschluss der Sektionen zu gewähren. Die Mitgliedschaft kann wegen einer Spaltung oder Unklarheit, ob eine Sektion noch besteht, ausgesetzt werden, bis eine Untersuchung durch eine Kommission durchgeführt wird. Wenn eine Sektion nicht ordnungsgemäß ist, ein Jahr lang nicht bezahlt, aber der Kongress beschloss, sie nicht aufzulösen, kann die Sektion suspendiert werden. Suspendierung bedeutet, dass die Sektion kein Stimmrecht bei Kongressen, Plenarsitzungen oder Volksabstimmungen hat und auch nicht das Recht hat, Anträge zu stellen. Sie behält die gleichen Rechte wie die Freunde der EWA, Dokumente entgegenzunehmen, an allen Kongressen teilzunehmen und Stellungnahmen abzugeben. Wenn eine Sektion für einige Zeit suspendiert bleibt, kann der Kongress auf einen solchen Antrag hin beschließen, ihren Status in Freunde zu ändern. Wie die internationalen Kongresse Die internationalen Kongresse der EWA finden alle drei Jahre statt. Das Sekretariat ersucht die Sektionen rechtzeitig vor dem Kongress um Fragen oder Vorschläge, die vom Kongress behandelt werden sollen. Das Sekretariat erstellt dann die Tagesordnung, die zusammen mit den eingereichten Anträgen mindestens sechs Monate vor Kongressbeginn an die angeschlossenen Organisationen verschickt wird. Jede Plenartagung oder jeder Kongress wird aufgezeichnet und die Protokolle werden so originalgetreu wie möglich erstellt. Das Protokoll unterliegt der Zustimmung der Sektionen. Die von den internationalen Kongressen angenommenen Vereinbarungen und Beschlüsse sind für alle angeschlossenen Organisationen bindend, es sei denn, diese Organisationen lehnen durch Beschluss eines nationalen Kongresses oder durch Referendum die Vereinbarungen des internationalen Kongresses ab. Auf Antrag von mindestens drei nationalen angeschlossenen Organisationen kann ein internationales Abkommen in allen Sektionen durch ein allgemeines Referendum zur Revision vorgelegt werden. Bei den internationalen Referenden und Kongressen hat jede Sektion eine Stimme, und es wird empfohlen, vor der Abstimmung Einstimmigkeit zu suchen. Wie internationaler Transfer jedes Mitglied einer der IWA angeschlossenen Organisationen, das alle seine Mitgliedsbeiträge bezahlt hat, aber seinen Wohnsitz in einem anderen Land als dem hat, in dem es Mitglied wurde, sollte spätestens einen Monat nach seiner ihrer Ankunft seine Versetzung an die entsprechende Organisation der der IWA angeschlossenen Landesorganisation. Dieser Transfer muss von der genannten nationalen Organisation ohne Beitrag zur Einreiseregistrierung genehmigt werden. Bei einem erzwungenen Massenexil ist die Zugehörigkeit freiwillig, wenn eine Zugehörigkeit zu einer von der IWA anerkannten Exilorganisation besteht. VII das Sekretariat die internationalen Aktivitäten der IWA zu koordinieren, genaue Informationen über die Propaganda und den Kampf in allen Ländern zu beschaffen und zu organisieren, die Beschlüsse der internationalen Kongresse bestmöglich umzusetzen und die gesamte Arbeit der IWA zu übernehmen, gewählt wird ein Sekretariat bestehend aus mindestens drei Personen aus einer oder mehreren Sektionen. Die Sektionen, die das Sekretariat innehaben, wird, oder werden, vom Kongress oder durch ein internationales Referendum gewählt. Normalerweise wird das Sekretariat von einer Sektion gehalten, diese Aufgabe kann jedoch geteilt werden. Der Generalsekretär, der Schatzmeister und alle anderen Mitglieder werden von den Inhabern des Sekretariats gewählt. Die Mitglieder des Sekretariats verteilen die Aufgaben und arbeiten untereinander. Sie können auch bestimmte Aufgaben an andere Sektionen delegieren. Mitglieder politischer Parteien dürfen keine verantwortlichen Ämter in der IWA bekleiden. Das Sekretariat wird wie oben angegeben für die Zeit von einem regulären Kongress zum nächsten gewählt. Dieselben Abschnitte, sollten nur zwei Amtszeiten hintereinander dienen. Die Sektionen, die das Sekretariat halten, sollten rotieren. Das Sekretariat kann erst nach einer gewissen Rotationszeit zu einer Sektion zurückkehren, die sie zuvor inne hatte. Im Falle außergewöhnlicher Umstände, in denen der Kongress kein neues Sekretariat wählt, muss er die zu ergreifenden Maßnahmen vereinbaren. Das Sekretariat nimmt für die Erfüllung seines Mandats kein Gehalt und keine persönlichen Zahlungen. Entgegen. Das Sekretariat legt der IWA regelmäßig Finanzberichte vor. Sie ist verantwortlich für die Verteilung der schriftlichen Mitteilungen an alle Sektionen und Freunde und für die ordnungsgemäße Führung von Aufzeichnungen darüber. Sie muss in der Zeit zwischen Kongressen und Plenarsitzungen einen schriftlichen Bericht über ihre Tätigkeit erstellen. Der Bericht muss so rechtzeitig vorgelegt werden, dass sich die angeschlossenen Sektionen vor der Abhaltung des Kongresses und des Plenums davon überzeugen können. Gleichzeitig ist ein verwaltungsökonomischer Bericht vorzulegen und an die Sektionen zu übermitteln. Kongress und Plenum benennen eine Kommission, die während des Kongresses und des Plenums eine Rechnungsprüfung durchführt. Vizesekretariat Ein Vizesekretariat wird ebenfalls vom Kongress oder per Referendum gewählt. Das Vizesekretariat ist nur beauftragt, das Sekretariat zu ersetzen, falls es völlig funktionsunfähig wird oder von den Sektionen abgerufen wird. Es ist nicht beauftragt, die IWA zu vertreten oder andere Funktionen zu erfüllen, es sei denn, es handelt sich um vom Sekretariat delegierte Aufgaben. Rückrufbarkeit Innerhalb einer Woche, ab dem die Ausübung des Amtes unmöglich machen. In diesen Fällen gilt das Sekretariat nicht als abberufen, sondern ersetzt. Wenn es möglich und durchführbar ist, kann das Sekretariat später wieder dieser Sektion zugewiesen werden. Wenn das Sekretariat für einen Zeitraum von mehr als drei Monaten nicht gearbeitet hat, keine Korrespondenz, keine Anrufe beantwortet oder Bulletins erstellt hat, oder wenn es den Kongress oder das Plenum ohne Grund oder Vereinbarung nicht ordnungsgemäß einberufen hat, was zu einer Verschiebung um mehr als drei Monaten sollte das Vizesekretariat die Funktionen des Sekretariats übernehmen, um das ordnungsgemäße Funktionieren der IWA zu gewährleisten. Bei Übernahme dieser Aufgaben sollte das Vizesekretariat die Sektionen informieren und die Abberufung des Sekretariats durch das oben beschriebene Referendumsverfahren beantragen. I. X. Finanzen der IWA die Durchführung und Stärkung ihrer internationalen Aktivitäten zu ermöglichen und ihrer schriftlichen Propaganda eine solide Grundlage zu geben, ihr die regelmäßige Veröffentlichung ihrer periodischen Veröffentlichungen zu ermöglichen, ihr die Teilnahme an allen Erscheinungsformen des Lebens des Revolutionären. Syndikalismus in den verschiedenen Ländern zu ermöglichen, sie in die Lage zu versetzen, die Ideen des revolutionären Syndikalismus in Ländern zu fördern, in denen unsere Ideen und Taktiken kaum vertreten sind, und schließlich, damit die IWA zufriedenstellend und unverzüglich auf die bei ihr eingegangenen Solidaritätsaufrufe reagieren kann, zahlt jedes Mitglied einer der IWA angeschlossenen Organisation monatlich als internationale Mitgliedschaftsgebühr einen Betrag von einem US-Dollar, 1 US-Dollar-Zeichen, oder den Gegenwert in Landeswährung unter Berücksichtigung des Umtauschwertes in den betreffenden Ländern. Für diejenigen Sektionen, die sich in einer schwierigen Situation befinden, werden die Beiträge in Absprache mit dem Rest der IWA festgelegt. Jede angeschlossene Sektion entscheidet. Selbst über das Verfahren, das zu befolgen ist, um den Mitgliedsbeitrag von ihren Mitgliedern zu erhalten. Die IWA hat ein spezielles Siegel zum Abstempeln der Mitgliedskarte für die jenigen Sektionen, die dies möchten. Die Mitgliedssektion übersendet der IWA vierteljährlich die vereinbarte Mitgliedsgebühr. X Veröffentlichungen das Sekretariat veröffentlicht, eine Publikation, die so häufig wie möglich veröffentlicht werden sollte. Es ist wünschenswert, dass alle Zeitungen, die von Organisationen herausgegeben werden, die der IWA angeschlossen sind oder mit ihr sympathisieren, auf ihren Seiten einen besonderen Platz für Informationen der IWA, für Aufrufe zur internationalen Solidarität und für allgemeine Propaganda reservieren. Propaganda-Broschüren, die hauptsächlich an Orte gerichtet sind, an denen unsere Bewegung keine nationale Mitgliedsorganisation hat. Alle anderen Veröffentlichungen, periodisch oder nicht, die der Kongress beschließen kann. Diese Fassung der Satzung wurde vom außerordentlichen Kongress der IWA am 27. Juni 2000 2000.